Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Was habe ich der Welt denn jetzt noch zu beten? Waren Sie jemals Fliegenfischen? Fliegenfischen? Das könnte Ihnen gut tun. Schönen Gruß von mir. Ike Fletcher, richtig? Das wird ja toll. Es ist nicht einfach. Man braucht eine Menge Übung. Und machen Sie Ihre Aufklärung. Wenn Sie aufgeben wollen, bitte Nation. Dieser Ort gefällt dir, oder? Ja, du hast recht. Angewiss. Ist typisch für die Gegend hier. Ja, hier ist so einiges typisch. Ich kenne das Gefühl. Mein Verlobter ist gestorben. Wer ist der Junge? Ach, eine rührselige Veteranengeschichte. Dann solltet ihr euch ja großartig verstehen. Ja, zu überleben fühlt sich manchmal wie eine Strafe an. Ich stehe im Fluss und als das Wasser an mir vorbeirauschte, wusste ich, dass mir eine Last genommen wurde. Wissen Sie, Ike liegt nicht fern. Er geht nicht ins Kino. Angeln ist alles, was er hat. Wird es je einfacher? Nein. Aber das hier ist der richtige Ort für mich. Sie haben das Wichtigste über Fliegenfischen gelernt. Demut. Als ich draußen im Wasser stand, habe ich an gar nichts gedacht. Du bist im Krieg gewesen und hast überlebt. Wenn Sie angeln gehen, tun Sie es nicht allein. Zeit herauszufinden, was deine Gründe fürs Leben sind. Im Buch des Lebens eines jeden Soldaten ist das Militär nur ein Kapitel. Es ist nicht die ganze Geschichte. Wenn ihr fertig seid, lasst uns endlich anfangen. Uh! Uh! Wie war die Sitzung? Was war die Sitzung? Ju-Twitter? Ich bin ja, ich bin ja. Auf die Sitzung? Ich bin ja, ich bin ja, ich bin ja. Ich bin ja, ich bin ja. Bei mir.